Jetzt verweise ich an Hermann Mayer, das ist Platz Nr. 2 und unser Arbeitsverstand. Bitte, Hermann. Dankeschön. Ich sage einmal nochmal Servus beieinander. Ich kann nur bayerisch oder englisch, hochdeutsch, kann ich nicht. Ich hoffe, das versteht jetzt jeder. Ich übersehe es, Hermann, ich schaffe es nicht. Ich hoffe, ich habe keine so erlaubte Stimme wie du, glaube ich. Ich bin nicht, die mich noch nicht kennen, also Hermann Mayer. Ich bin geboren in Ebersberg, aufgewachsen in Kürzeon, in Tschuldanger, in Grafing und jetzt wohne ich in Grafing Bahnhof, also richtig weit gekommen bin ich nicht. Ich habe da in München studiert und ich habe in England studiert und das war wirklich so eine ganz entscheidende Zeit in meinem Leben. Also ich war doch mal draußen und habe außerhalb von Bayern gesehen, was mir in Bayern eigentlich wirklich schönes hat. Und ich habe dann auch meine Frau können werden. Wir haben ein Programm gemacht, insgesamt 13 Kapitel. Und ich habe mir jetzt vorgestellt, ich tue jetzt eins nochmal anderen dann durchdeklinieren. Wir haben ja Zeit, oder? Ich habe zu viel Zeit. Das mache ich natürlich nicht. Wir haben ja drei, für mich drei wichtige, es gibt keine wichtigsten, aber drei wichtige Kapitel raus, wo ich gerne ein bisschen mehr dazu sondere. Und den Rest kann man dann klären. Wir haben ja noch ganz lange Zeit, bis zum 15. März. Also die drei wichtigsten Kapitel aus meiner Sicht, Angelika hat es schon gesagt, Energie und Klima. Das zweite, günstig wohnen. Und das dritte, innovativ wirtschaften. Die drei Sachen, zu denen ich sage jetzt ein bisschen was. Der Landkreis Ebersberg und auch die Stadt Trafing haben sich als Ziel, bis 2030 frei von fossilen Energieträgern zu sein. Und zwar für die gesamte Energieerzeugung. Also nicht nur Strom, da muss man immer gut aufpassen, sondern auch Wärme. Jetzt ist es 2020 und wir haben jetzt da noch zehn Jahre Zeit. Also die nächsten sechs Jahre meine sind da wirklich sehr entscheidend. Ich habe mir dann mal überlegt, geht das überhaupt? Also das Ziel komme ich auch hin. Bis jetzt sind die Klimaziele immer so gewesen, man hat sich das irgendwie gesetzt und dann haben wir es nicht geschafft. Wenn man mal, wenn man mal rechnet, wie viel Energie braucht eigentlich jeder so? Wie im Buch gelesen, erneuerbare Energien ohne heiße Luft. Und wir haben das schön ausgerechnet, runtergerechnet auf Zahlen, die man auch verstehen kann, Kilowattstunden. Also jeder von uns braucht ungefähr 125 Kilowattstunden pro Tag und Person in Deutschland. Das ist unser gesamter Energieverbrauch, 125 Kilowattstunden. Mit einer Kilowattstunde kann man sich das schön vorstellen, kommen wir vom Strom. Primärenergiebedarf, angekommen wird bei den Leuten 85. Also das ist das, was man dann nicht verbraucht. Der Rest geht verloren bei der Erzeugung. 85 Kilowattstunden pro Tag und Person. Also was der Partner auch gesagt hat, allein schon, dass man in Deutschland lebt, braucht heute schon ziemlich viel. Mit erneuerbaren Energien schafft man, wenn man relativ großzügig rechnet und wirklich alles nimmt, was es gibt. Wind, Sonne, Geothermie und so weiter, Biomasse ungefähr. Ganz großzügig, wie man rechnet, schafft man 111. Also da haben wir schon mal eine Lücke. Ohne Energiesparen, glaube ich, wird es nicht gehen. Wie verteilt sich das jetzt? Also ungefähr 55 Prozent von dem Bedarf sind Industrie, Handel und Transport. Also da kann man jetzt so direkt keinen Einfluss nehmen als ein normaler Mensch. Aber 45 Prozent sind bei uns selber. Heizen, Verkehr, Strom. Und da kann man was machen. Auch selber nicht. Wald drauf ist ja gar nicht vorbildlich. Ich bin noch nicht so weit, muss ich sagen. Aber nur mal, dass man so ein bisschen eine Pfui kriegt dafür. Eine Fernreise nach Thailand zu viert braucht ungefähr pro Person 630 Liter Kerosin mal 4. Und wenn man das dann umrechnet, ist das ungefähr so der Bedarf, den man braucht für ein normales Haus, ein bisschen schlecht gedämmt im Jahr zum Heizen. Nur, also dass man es mal einfach mal gehört hat. Also für mich war das erstaunlich überraschend, wenn ich sagen würde, wie ich das gelesen habe. Das ist da, wo jeder selber was machen kann. Für Grafik heißt das aus meiner Sicht, wir müssen Ranschi Gas geben bei dem ganzen Thema Energie. Wir sind da eh schon gut aufgestellt. Angelika hat gesagt, wir haben auch das Glück, wir haben einen lokalen Energieversorger. Wir haben mittlerweile das Netz im Landkreis zurückgekauft an der Kommune, haben wir sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, wie es alle sagen, photovoltaik natürlich, wir müssen dämmen und so weiter. Aus meiner Sicht ist es aber auch dringend notwendig, dass man Windkraftenergie investiert, weil das ist von der erneuerbaren Energie ungefähr die Hälfte ist Windkraft offshore und onshore. Da kippt man nicht drum rum. Genau. Und jetzt soll man ganz verschiedene Übereitungen einlassen, ob ich die Neue jetzt vergisst. Genau, ein Thema will ich nicht vergessen, ganz wichtig, Verkehr. Und da hinten haben wir ein ganz super tolles Plakat, das sieht man jetzt ein bisschen aufs Rad setzen. Das finde ich, das ist ein ganz schönes Wortspiel, weil es ist nämlich auch wirklich wichtig. Ich glaube, das ist auch etwas, was jeder machen kann und das braucht nämlich keine Energie im Gegenteil. Man braucht dann sogar weniger Geld, weil man nicht mehr so viel ins Fitnessstudio gehen muss. Also ich finde, im Alltag Radeln, das muss eigentlich gut gehen. Es ist schon heute so in Grafing, ich fahre von Grafingbahn auf Aufmerksamkeit nach Grafing und bin mit dem Radel viel schneller. Und ich fahre auch direkt da hin, wo ich hin muss. Es ist nur so, dass man sich das trauen muss. Also ich fahre einmal recht schneidig über den Marktplatz, da bin ich immer schneller als jetzt Auto. Aber das traut sich natürlich nicht jeder. Und ich glaube, da muss man dafür sorgen, dass Radelfahren in Grafing halt einfach geht, auch für Kinder möglich ist. Das Plan ist für Radfahrer, ich glaube, da kann man ganz viel machen. Wenn man das macht, man muss da mit der Infrastruktur auch eine Vorleistung gehen, aus meiner Sicht. Damit man dann halt hinterher die Leute dazu bringt, dass man im Radel fahren kann. Ich kann die nicht zwingen, aber wenn ich es schön mache, dann machen sie es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich da draufgekommen bin. Ich glaube, ich weiß schon, die Stellplatzverordnung. Da habe ich mich mal geärgert, weil wir da immer so viel darüber diskutieren. Im Stadtteil, die Stellplätze sind immer das wichtigste Thema, immer für Autos. Wo kommt das eigentlich her? Was ich, ob es jemand weiß, das ist aus der Nazizeit, 1939, die Stellplatzverordnung, da haben die Nazis nämlich die Infrastruktur vorbereitet für die Stadt, autogerechte Stadt. Damals hat dann jeder schon eine Garage bauen müssen, für die Kraft durch Freude, Wagen, obwohl es die ja gar nicht geben hat, weil es da auch einen Kübelwagen daraus produziert hat. Aber die haben damals schon angefangen, dann Garagen zu bauen, weil die da die Infrastruktur vorbereiten wollten für das Auto. Nur so am Rande. Jetzt sind wir beim Bauen ein Thema eigentlich, dadurch Wohnen, günstig Wohnraum. Und dann gehe ich auch schon angesprochen, habe ich selber erlebt, ich wohne seit 2005 in einem Doppelhaus. Damals war der Bodenrichtwert, den Grafik Bahnhof, 480 Euro. Also das war 2005. Und jetzt aktuell, 2019, ist er 1.100 Euro. Das ist eine Steigerung von 250 Prozent in der Zeit, wo ich jetzt gerade bin. Wenn man mal schaut, wie ist denn das längerfristig? Ich weiß nicht, ob jemand das Buch gelesen hat. Ich habe es gelesen von Hans-Jochen Vogel. Mehr Gerechtigkeit. Bodenpreis in München. Steigerung von 1950 bis 2017. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen ewig viele Leute gefragt, was schätzt du denn so, wie viel Prozent das ist. Und das ist gestiegen. Da ist dann so gekommen, ja, 400 Prozent, 1.000 Prozent und so. Das waren eigentlich so die, die am meisten geschätzt haben. 1.000 Prozent. Und die wirkliche Zahl ist 39.390 Prozent. Also 1950 hat ein baureiches Land in München 3 Euro kostet. Und jetzt kostet es im Schnitt, immer im Schnitt, 1.870 Euro. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja auch Wahnsinn. Da muss man was machen. Es ist echt erstaunlich, dass ein 94-jähriger Politiker dann auf den Weg machen muss, das Thema quasi in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. An der Ecke muss man was machen. Das macht er schon ganz lang. Das Buch ist super zum Lesen. Schafft mit einem Ort, kann ich mir jedem empfehlen. Was schlägt er vor? Er sagt nämlich nur, nicht den Missstand, sondern er schlägt er vor, was man machen kann. Und einer der Punkt ist halt, beide Kunden müssen selber wieder stärker tätig werden im Wohnungsmarkt, selber Wohnungen. Und da ist ja die Grafik eigentlich auch Vorreiter. Da werde ich kurz vorhin erwähnen. Das Gebäude in der Kapellenschlaß, das mit dem gemeinsamen kommunalen Unternehmen, Baugonnis, auch am städtischen Grundstück, sehr vorbildlich. Ich habe gestern zufällig Frau Kellertufer vom Landratsamt, die hat gesagt, sie versteht das gar nicht, warum die Politiker da nicht mehr Gas geben. Da kriege ich Hälfte ihres Förderung vom Staat. Warum macht das nicht? Und jeder eigentlich schon. Da war Angelika mutig genug, das zu tun. Und ich finde, das war echt eine richtig große Sache, eine große Entscheidung. Und was mir am meisten gefördert, war da bei der Einweihung, dass sie die Loa werden noch nicht für sich eingeheimstert, sondern explizit dem Heinz Böhm, Ernst Böhm, Entschuldigung, gedankt hat dafür, dass er da auch die Initiative, Herr Christoph, das zu Wort steht. Und das ist eine wahre Grüße aus meiner Sicht. Oh, danke. Also an der Ecke muss man noch mehr da aus meiner Sicht. Die städtischen Liegenschaften, da hat Angelika so auf der Bürgerversammlung schon zugegeben, da ist man nicht so richtig dazu gekommen, dass man da mehr draus macht. Gibt es ja etliche, da kann man ja durchaus was draus machen. Ich glaube, man muss aber noch mehr da, man muss die strategischen Grundstücke suchen, wo die Stadt wirklich mal Vorkaufsrecht ausübt, damit halt nicht immer irgendwelche Bauchträger den Reibach machen, sondern dass man wirklich die Grundstücke für die Allgemeinheit sichert, weil ich zahle keine Zinsen zur Zeit. Wenn ich so ein Grundstück einfach nur kauf und liegen lassen darf, dann darf ich als Kommune den ganzen Gewinnmitnehmer, den heute heute jemand anders einstecken. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht mehr macht. Ich werde es vielleicht eher lernen, aber ich glaube, da geht halt um mehr, und ich glaube, da muss man halt mehr machen, weil das ist gleich so aus meiner Sicht die einzige Chance, wenn man da hat. Man muss da mehr als Kommune machen und natürlich gleichzeitig, glaube ich, muss man halt bundesrechtlich was machen, weil man als Kommune ja nicht so viel Einfluss nehmen. Also die rechtlichen Rahmen, die müssen sich da verändern, weil wer kriegt das ganze Geld? Es sind nur wenige. Jeder, der in Miete lebt, zahlt am Ende demjenigen, der das besitzt, auch noch das Obd. Das ist eigentlich so krank, wenn man darüber nachdenkt. Und das habe ich vorhin vergessen, in den 50er-Jahren war es so, da war der Anteil vom Grundstückspreis, wenn man was baut hat, ungefähr so 1,2, also unter 2 Prozent. In München ist das jetzt mittlerweile 80 Prozent Bauland und 20 Prozent Wohnungskosten, weil fürs Erstellen, das hat sich einfach so umgekehrt, das ist so schief, da muss man mit etwas machen aus meiner Sicht. Aber das können wir jetzt nicht als Kommunalpolitiker machen, da muss man sich einspreizen in Richtung Berlin und vielleicht darüber hinaus was machen. Das war das Thema Wohnen. Ich glaube, das war jetzt alles. Schaut jetzt nicht auf den Zettel. Das nächste ist für mich innovatives Wirtschaften. Und das ist eigentlich so mein Herzensthema. Ich stelle mir selber auch die Sinnfrage, das habe ich nicht gesagt, ich bin bei BMW. Und BMW ist aus meiner Sicht momentan eher Teil vom Problem als Teil der Lösung. Wir verdienen unser Geld, ich verdiene mein Geld mit irgendwelchen riesen Kisten, die irgendwelche Leute kaufen, weil sie meinen, sie brauchen das. Ich verstehe das nicht. Ich bin nur intern auch bei BMW, gerade in der Opposition sozusagen. Ich selber war ein BMW, aber ein i3 ist ein Produkt, hinter dem ich total stehen kann. Das ist wirklich ein tolles Produkt. Ich glaube, in die Richtung brauchen wir mehr. Aber ich schweiß ab. Das ist ein Elektrofahrzeug. Das muss nicht so sein. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Also, innovatives Wirtschaften. Ich finde, der Kapitalismus bei uns hat sich in der Richtung entwickelt, in den letzten 10, 20, 30 Jahren, der einfach wirklich ungut ist. Es wird immer schlimmer. Und warum ist das so? Weil unser Systemaufbau ist auf Wachstum und auf Profil. Letztendlich geht es nur darum, dass man Geld akkumuliert. Und ich glaube, es geht auch anders. Und mir ist das aufgefallen, auch wieder auf dem Neujahrsempfang der Stadt Grafing, wo zwei Leute geehrt worden sind. Einmal der Weltladen in Grafing. Also ein Laden, der von Ehrenamtlichen betrieben wird, die so intrinsisch motiviert sind, dass sie Zeitopfern, damit sie sowas hinstellen, damit man faire Produkte an einen Mann kriegt. Eine ganz tolle Sache, eine ganz schöne Atmosphäre. Ich bin selber da ein Mitglied in der Genossenschaft. Das funktioniert offensichtlich auch, obwohl die Leute da kein Geld verdienen. Heißt, da denken sie, machen wir was richtig. Das ist vorbildlich. Das ist das eine. Das andere ist das Grafinger Kino. Peter Angelika hat ja gesagt, sie ehrt dich aber auch erst bedenkt. Ja, wieso jetzt auf einmal mit dir und nicht irgendwelche anderen Leute geladen haben. Aber das Kino in Grafing ist ganz besonders. Ich meine, ich glaube nicht, dass man da so richtig reich wird mit dem. Aber wenn man sich vorstellt, das darf es nicht geben. Wenn man sich vorstellt, was das alles für Aufgaben hat. Ich kann da mit einem Schulklass reingehen. Ich kann da als Verein reingehen. Ich möchte einen Filmabend machen und solche Sachen. Das ist einfach so viel mehr als wie nur der Wirtschaftsbetrieb eigentlich. Und das wird aber nicht bewertet, was das mehr ist aus meiner Sicht. Das geht ab, total. Das bewertet, einfach so eine normale Bilanz bewertet, das nicht, weil es immer nur ums Geld geht. Und ich finde, das muss man ändern. Und da gibt es jemanden, der sich da auch ganz viel Gedanken gemacht hat. Der Michael Fellber, Gemeinwohlökonomie. Das war jetzt ein... Christoph Fellber. Ich wollte meinen Zehner in der Hosentasche. Aber er hat gesagt, ich will so eine schlaue Leid. Also der Herr Fellber, Vorsitzende, hat 2010 ein Buch geschrieben zum Thema Gemeinwohlökonomie. Und das ist ein eigenes System, ein marktwirtschaftliches System, das die ganzen anderen Aspekte neben finanziellen Erfolg mehr im Fokus rückt. Solidarität, Ressourcenverbrauch und so weiter. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Die Grünen haben in Bielefeld in die Richtung auch in ihrem Programm, in ihrem Wirtschaftsprogramm an den Schluss gefasst, dass man das da vorne stellen muss. Das Kino in Grafen, der Weltladen, sind nur die Beispiele dafür. Es gibt Firmen, die schon so zertifiziert sind, die die ganzen Aspekte betrachten. Es gibt Gemeinden, die schon so zertifiziert sind. Die Gemeinde Kirchheim-Schöring in der Nähe vom Waginger See ist Gemeinwohl zertifiziert. Der Bürgermeister ist von der CSU und ein sehr cooler Typ. Ich habe den kennengelernt, der vorletzte März hat er das vorgestellt. So bin ich auf die Gemeinwohlökonomie aufmerksam geworden, weil es gibt irgendwie noch nicht so viele Leute, die das kennen. Aber in die Richtung muss es gehen aus meiner Sicht. Da muss man mehr machen. Da kann man auch mehr machen. Die Grafik ist ja da auch schon auf dem Weg. Fair Trade Town ist so ein Aspekt aus meiner Sicht. Das gehört da alles mit dazu. Es gibt halt mehr, muss man organisierter machen. Ich glaube, das kann man auch gehen. Das ist wichtig. Was da ganz wichtig ist in der Gemeinwohlökonomie ist nicht Konkurrenz, sondern eher Kooperation. Und Kooperation ist jetzt für mich die Überleitung zum, wir funktionieren nur als Team richtig gut. Also wir müssen zusammenarbeiten, so wie im Stadtrat, über die Fraktion hinweg. Das hat Angelika ja schon gesagt. Aber Angelika und ihr stehen ja da ja auch nicht allein an. Und deswegen dann jetzt gerne alle Stadtplatzkandidaten, die halt so sind und bei uns auf der Liste kandidieren, schnell zu mir her bitten, dass ich wenigstens kurz die Namen suche. Okay?